Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. Im letzten Video zeigen wir Ihnen, wo Sie in Simba Hilfedateien und Handbücher finden. Neben den Videos stehen Ihnen Simba zahlreiche Hilfsangebote zur Verfügung. Die Blockdialoge bieten unter Hilfe eine Beschreibung des Blocks, der Parameter sowie alle Ein- und Ausgänge an. Per Rechtsklick auf den Block können Sie sich außerdem die versteckten Ein- und Ausgänge anzeigen lassen. Im Hauptmenü auf der Startseite finden Sie unsere umfangreichen Handbücher in deutscher und englischer Sprache. Hier werden Hintergründe zu den vielfältigen Modellierungsthemen, den Blockbibliotheken sowie den Funktionen von Simba beschrieben. Auf der Startseite finden Sie auch eine umfangreiche Sammlung von Beispielmodellen, auf die zum Teil auch in den Handbüchern verwiesen wird. Sie können die Beispiele öffnen, simulieren oder eine Kopie in Ihrem Projektordner anlegen und diese als Grundlage für ein eigenes Modell verwenden. Auf unserem YouTube-Kanal IFAK Magdeburg finden Sie neben diesem Einsteigerkurs viele weitere Videos, die Ihnen weiterhelfen können. Sie können unseren Kanal direkt erreichen, indem Sie auf einen Link klicken. Wenn Sie einen schnellen und effizienten Einstieg in die Modellierungswelt mit Simba wünschen, empfehlen wir die Teilnahme an unseren Grundlagen oder Spezialschulungen. Diese finden zweimal jährlich bei uns am IFAK in Magdeburg statt. Wenn Sie sich lieber individuell und projektbegleitend beraten lassen möchten, bieten wir einen Projektsupport an. Innerhalb eines gebuchten Stundenkontingents können Sie sich von unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten lassen. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte unser Support-Team. Wir hoffen, dass Sie einen guten ersten Eindruck gewinnen konnten und wünschen Ihnen viel Spaß mit Simba.